da war eine sache also eine rote tür ich weiß nicht ob da deine tür ist ja 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 ich muss ja auch noch irgendwas erledigen aber die ist da oben irgendwo irgendwo müssen wir da ja noch hinkommen oder geht das nicht hier auch irgendwo rein egal wir nehmen jetzt die hier oder müssen wir nach oben alter wo ist denn jetzt wie komme ich denn in den gang da rein da ist doch noch noch eine rote tür ich muss aber auch wie nach da oben oder wenn ich jetzt doof wo ist jetzt gerade aus guck mal hier die ist für mich auch rot das ist inquisitor aber eigentlich ich probiere es aber du bist nicht qualifiziert wieso nicht wie komme ich denn da oben hin kann man durch die tür müssen wir gehen ja guck mal nenne hier er kann man doch wieder raus ich will doch nicht raus ach da hinten jetzt habe ich das rosane ding irgendwo ist da noch ein weg oder ein gang den man nicht gesehen oder gecheckt haben irgendwann muss doch da noch eine treppe hoch dahinten guck mal da ja das sieht gut aus ja muss da noch irgendetwas hier ist auch irgendwo ein leerer genau hier haben wir den leerer dunkle infusion erstmal lernen sagt rein hier ok da steht die tante auch schon kann mit auch quatschen verdammt das kotia was plant er schon wieder hinterm widerliches monster er ist mehr maschine als lebewesen und gefütten und gefütten ist gleich ich kann ihn töten dann sollte ihn jemand haben atmen genau du wirst kotia für mich töten ja sicher doch endlich eine herausforderung die meiner würdig ist gut das ist genau die richtige einstellung ich darf nicht mit kotias tod in verbindung gebracht werden aber niemand wird glauben dass ein einfacher schülers gut das unmögliche ist so scheint es ich habe bereits begonnen einen plan zur vernichtung darf kotias zu schmieden draußen im dschungel gab es kürzlich einen aufstand von einer gruppe sklaven ich glaube dass kotia etwas wichtiges in der nähe dieser statue versteckt hält da hast du dem eine gehauen spieler pressen kretai in diese er hat er hat er hat er hat er hat er in die es da so sehr schön dann wieder zurück ne doch ne darum ist das jetzt hier eigentlich hier halt ein verbindetes bla 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 und was ist das hier heilung 230 und das hier ist aha ist ein stärker heilung dann müssen wir uns die direkt da oben reinziehen mal zack wieder sperren zack so nehmen wir mal Martha so wieder raus hier ist ganz zurück wieder ne mhm hier ist aber wenig los fällt mir auch ne ja stimmt also wo wir beim letzten mal gespielt haben da waren viel viel mehr spieler auch das stimmt das stimmt ich meine das soll uns egal sein wir tun mit denen ja eh nix aber fällt mir nur so ein bisschen auf das stimmt schon mhm 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 der map an wie komischen auf übersicht zurück so übersicht wo will der denn hin warum ist der denn grün muss ich jetzt verstehen am fluss des kontakts sie nach muss ich nicht verstehen egal dann wahrscheinlich immer hier noch mal hin aber dann wird er doch nicht leuchten egal klären wir mal an das machen gehen wir erst mal zum markt oder ja ich wollte nur warum das taxi jetzt schon wieder grün ist weiß was ich mein da diese abfahrt punkte aber überall wo wir mit dem hinfliegen können kommen wir zu keiner quest aus zumindest gar nicht oder wir müssen zu einer hinfliegen und dann noch mal weiter gucken wir machen erst mal hier so eine umgebung haben jetzt müssen wir erst mal den typen hier oben weg brezeln der uns hier zu dem falschen zu schnell ich bin noch nicht da äh ah ja der ist das ne können wir jetzt mit dem quatschen oder nicht warum kann ich mit dem nicht quatschen ist das denn ich jetzt hier oder doch müssen wir mit dem noch irgendwas machen warte mal was sagt die quest denn hier ach so wir müssen den markieren wir haben wir irgendeinen quest gegenstand glaube ich bekommen hatte doch eben erzählt hier damit was schon gemacht ja ich habe ihn markiert ach da wird er von anderen gekillt toll wahrscheinlich dachte wir dürfen selber machen nach du immer mit einem scheiß da wo geht denn dahin dann geht es nur gerade aus rüber ist noch ein aufzug ne da gehen wir dann hin oder ja da gehen wir dann jetzt hin ist ja der eine quest da machen muss doch nicht deiner das siehst du doch wenn du da drauf guckst auf die quest ich guck da nicht drauf ja das sehe ich schon dass du da nicht drauf guckst ich sehe nur da die grüne ist die ja 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 langen weg genommen hier die kürze zu steig gehen da da die da die da die da die da die dazu ja ja okay aufzug Äh, Frachthafen B7 Hört sich gut an Äh, du musst jetzt hier irgendwo Transportprobleme, irgendwas musst du hier machen Aha Was ist passiert? Zuschauermodus Achso In Ordnung Männer, bringen wir dieses Stück Karbonit schnell zu seinem Besitzer Oh, ich, ich hab euch nicht eintreten sehen Komm, drück drauf hier Offensichtlich ist Lord Barras da anderer Meinung Meine Männer und ich haben schon weitaus gefährlichere Aufgaben für Lord Barras Der Gefangene ist in Karbonit eingefroren, es besteht also keine Fluchtgefahr Überlasst das Grübeln, Lord Barras In Ordnung, wie ihr meint Bringen wir diesen überdimensionalen Eisblock zu eurem Meister Nicht so schnell Mein Meister hat diesen Eisblock bestellt Ich möchte einen Namen hören Mein Name tut nichts zur Sache Ich bin hier, um euch von eurer Last zu befreien Schau, schau Wenn das nicht Slestack ist Das ist ja ein netter Vogel Gut Ich bin Slestack Mein Abschaum, deinen Meister mit links zerquetscht Wir töten sie alle Ich weiß, ihr gehört zu den Sith Oh, wie da Minus zu Neigung Die mag nicht so gerne morden Das mit meiner Liebe Die Sülzende sich da wieder einen zurecht stellen Wir greifen an, ne? Ja sicher, töten Ich drück die Leertaste durch Und, äh Ich berätsel da direkt Ui So Ja, das sind gute, ne? Wo sind denn die anderen? Ich hab schon drei platt gemacht Ja, ich hab zwei, aber ich Da sind keine anderen mehr Toll Ich glaub, das war's schon, wa? Wir schon mal ne neue Heilung hier aus Und Präzisionsabzug Bam Wieso kann ich die Quelle zu nehmen? Wollt ich nicht? Noch rechtsklick, ne? Irgendwann musst du hier noch nennen Ja, ich muss zwar mit dem Hempel noch reden Ja, ja Noch mehr hinterhältige Angreifer im Anmarsch Ja, lass sie doch kommen Ja, eben Immer töten Lass sie anrücken Mir juckt schon der Finger Ja, lass es knacken Da los Männer, Laufschritt Genau, das muss ich dir noch sagen Töten Ist das Hans-Ulo? Ja, wer weiß So, wo kommen sie denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Geht mir was zu tun Ach, da hinten Ich komm ja schon, ich komm ja schon Komm, brutzel ihn Ah, das mache ich schon alleine hier Lass mich mal Ach, Mann, oh Ja, ich wollte doch auch Da sind noch mehr Toll Hier hast du schon wieder alle alleine gemacht Bleib doch nur für mich da Da war ja nix Das war hier alles, ne? Tja, ich glaub ja Ich glaub das war Tja, wir können hier wieder raus Ab durch die Mitte Geh mal wieder nach oben Ja, da, die, da, die Hast du auch einen Notfallfrachtplan oder so? Ja, ja, Notfallfrachtpasst da Ja, wofür ist das? Keimlassend uns Voll rein, nur noch zu flottern Aber dann im Hintergrund, dass wir zu finden sind Wir wollen nicht notfallmäßig davon Irgend ein Arsch der Welt kann sich dann dahinter portieren lassen Ähm, ja, wir müssten jetzt wieder Zurücksammeln, die zerrissenen Arschelungen Oder wir müssen noch mal Achso, wir müssen Ja, jetzt zeigt ihr mir das auch an Wir müssen doch noch mal zu der Fähre da oben Doch, doch, stimmt Ja Ist okay Mal nach da oben Und den einen Typen da Bericht erstatten Und dann müssen wir Kehrmarsch wieder machen Also ganz links wieder, ne? Hm Wie lautet der Bestimmungsort? Ich kleb dir am Arsch Wenn ich jetzt ein paar Laserkanonen hätte, könnte ich abschießen Ja, das würdest du aber nicht schaffen Das ist das ja Ha, 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 ha Ihr habt diesen schreienden Idioten markiert, wie? Das wird nicht schön Macht es euch nichts aus, dass ihr... Nö Das ist meine Sache Nachhaken hat keinen Sinn, nicht? Ich bin nicht glücklich damit, aber entweder er oder ich Hier Er hat ne fiese Stimme, ne? So, einen neuen Ausdauer, ne? Bäh Ne, dann nehme ich lieber den Dala, ja Scheiß drauf So Man wartet jetzt, aber hier ist es Äh, doch, wir müssen Hier ist noch irgendwas für dich Jetzt zeig mir hier noch was an Da muss noch eine Quest Musst du wieder zu dem Affen da zurück Oh, Mann, ey Ja, musst du wieder zu dem Affen da zurück, ey Oh Hatte noch eine Arbeit aus, die Lauferei Wir müssen doch eigentlich hier schon so ein Fahrzeug oder so weiter haben, ne? So fliegen wir da. Ja, oder Reibtier oder was, was ich wollte, ne? Ja, ja. Irgendwie so ein Flugamparillo müsste es eigentlich schon geben. Ich habe schon einige gesehen, die da mit geflogen sind. Müssen wir uns auch mal, äh, reinziehen hier, wie das funktioniert. Wollen wir das irgendwo noch kaufen müssen, oder wie?